Deutschland gegen USA, was sich anhört wie eine Dokumentation auf Arte oder Dreisat, ist aber nur ein Freundschaftsländerspiel. Hier kommen die besten Wetttipps und Quotenbooster zu. Wenn du sicher gehen willst, dass du immer die besten Bonusangebote und Promotion-Aktionen bekommst, geh auf wetten.com Ja, und vielleicht hat der ein oder andere dieses Duell zwischen Yogi und Cleansi bei der WM im Hinterkopf, als es einen Unentschieden gab. Lang, lang ist es her. Jetzt ist der Ausrichter der nächsten Weltmeisterschaft, der Gastgeber für den Weltmeister von 2014. Und die Deutschen haben ja wieder in die Spur gefunden und sind ein wenig Favorit mit einer 1,9er-Quote. Neu-Bundestrainer Nagelsmann gibt sein Debüt in diesem Spiel. Ich klopfe auf Holz, dass er es besser macht wie Hansi Flick. Viel gehört ja nicht dazu. Wobei die Messlatte natürlich von Rudi Völler und seinem Interimstrainergespann Wolf und Wagner beim 2-1-Sieg gegen Frankreich schon sehr hoch gelegt wurde. Zumindest kann man sagen, wer Frankreich 2-1 besiegt, der kann auch gegen die USA in Amerika gewinnen. Und die Frage ist nur, wie gut ist die USA? Dort ist mit Greg Berhalter ein ehemaliger Bundesliga-Profi jetzt Trainer. Seit zwei Spielen, beide Spiele wurden gewonnen. Ich sage und schreibe 3-0 gegen Usbekistan und 4-0 gegen den Oman. Weißt du, für welche Teams Greg Berhalter als Spieler aktiv war? Hier siehst du es. 60 München. Wahnsinn. 2008 war das, als die noch gegen Teams wie Nürnberg oder Rostock gespielt haben oder auch Augsburg. Und bei Cottbus war er auch 2003. Die USA hat ja im Sommer 2023 den sogenannten Gold Cup gespielt. Das ist so die Europameisterschaft in Mittelamerika mit nicht so wirklich krassen Gegnern. Und dort haben sie gegen Panama dann nach Elfmeterschießen verloren. Beste Spieler sind Leute wie Jesus Ferreira, Dorde Mihailovic, Gianluca Busio. Also alles Leute, die man hierzulande normalerweise noch nie gehört. Immerhin Mihailovic hat mit dem AC Alkmaar einen Verein, der international in Europa spielt, in der Europa League. Und Gianluca Busio spielt bei Venezia in Italien. Und hat dort in der Serie B in der 2. Liga Italiens in 9 Spielen ein Tor geschossen. Also von dem muss sich eigentlich auch keiner in die Hosen machen. Während Jesus Ferreira mit einem Marktwert von 8,5 Millionen angegeben wird, aber nur in der Major League Soccer bei Dallas spielt. Und in 25 Spielen auf 12 Tore kommt. Sieht man sich aber die letzte Aufstellung der USA im Spiel gegen den Oman von ungefähr 4 Wochen an, fällt auf, dass da doch dann einige interessante Spieler dabei sind. Wie Timothy Weah und vor allem Christian Pulisic, der Kapitän. Ehemaliger Dortmunder. Anfang dieser Saison für 20 Millionen Euro von Chelsea zum AC Mailand gewechselt. Und mit einem Marktwert von 27 Millionen natürlich der wertvollste Amerikaner. Mit Weston McKennie haben sie einen weiteren ehemaligen Bundesligaspieler, der bei Schalke aktiv war, aber mittlerweile in Italien für Juventus Turin wieder am Start ist, nachdem er an Leeds ausgeliehen war. Und Malik Tillmann kennt man vielleicht von einer Bankreservistenrolle beim FC Bayern und aktuell spielt er sogar Champions League für PSV Eindhoven. Und der Mittelstürmer Fohlerin Balogun ist beim AS Monaco ebenfalls international aktiv, hat in der Saison der League 1 in Frankreich in 5 Spielen 3 Tore geschossen. Und in der vergangenen Saison in der Liga sogar in 37 Spielen 21 Tore. Um die Sturmreihe komplett zu machen, Timothy Weah spielt auch bei Juventus Turin und beackert dort die linke oder rechte Außenbahn. Ein weiterer Italien-Legionär im Mittelfeld, Junus Musa, kam zum AC Mailand Anfang dieser Saison für 20 Millionen aus der La Liga von Valencia. Serginio Dest spielt in Eindhoven, Chris Richard bei Crystal Palace, Goalkeeper Ethan Horvath war letztes Jahr immerhin Stammtorhüter beim Nottingham Forest, in dieser Saison sitzt er auf der Bank. Funny Fact, auch der Ex-Augsburger Riccardo Pepe, der jetzt in Eindhoven spielt, ist natürlich auf der Ersatzbank der Amerikaner. Sowie der Wolfsburger Kevin Paredes und Unions Brandon Aronson. Also in der Summe ein hochinteressantes Team, die USA. Auf der anderen Seite braucht sich Deutschland von den Spielern her vor keinem Verstecken. Schafft es Nagelsmann aus diesem Weltklasse-Potenzial auch das Richtige rauszuholen. Jetzt hat er ja Hummels wieder. Also ein Freundschaftsspiel, bei dem es bei Deutschland natürlich um sehr viel geht im Nagelsmann-Comeback. Und die USA sich natürlich auch von seiner besten Seite präsentieren will. Gerade weil es ja viele Spieler gibt, die in Europa tätig sind und dann gegen Deutschland sich von ihrer besten Seite natürlich präsentieren wollen. Und da gefällt mir der Betway-Quoten-Boost sehr gut, muss ich ausnahmsweise sagen. Deutschland gewinnt, ja klar. Und beide treffen, das ist auch drin für die USA mit diesem Offensiv-Potenzial. 6,0 die Quote dafür ist schon sehr hoch, oder? Und wie hoch wird deutlich, wenn man die normalen Quoten miteinander multipliziert? Die 1,9 für den Deutschland-Sieg mal beide treffen mit 1,67 ergibt ja lediglich eine Quote von 3,19. Was diese Betway-Value- oder Super-Boost-Wette mit 88% Verbesserung bedeutet. Also das ist schon der beste Quoten-Boost, den ich je gesehen habe bisher. Und das egal, ob dieses Spiel wirklich dann von Deutschland gewonnen wird und beide treffen. Stand jetzt ist das eine absolute Value-Wette, weil du eben fast das Doppelte kriegst, als du bei den normalen Buchmacher-Quoten kriegst. Und für eine Wette, die absolut nicht unrealistisch ist. Also wir müssen natürlich hoffen, dass Deutschland gewinnt. Und das beide Treffen ist auch drin. Am Ende wird es dann ein Tor-Festival. Deutschland gewinnt 4,3 oder so. Und alle sind zufrieden. Vor allem die, die jetzt bei Betway auch noch kein Konto haben. Denn für die lohnt es sich natürlich dann doppelt, wenn man auf diesen Quoten-Boost setzt. Sichere dir über den Link in der Videobeschreibung eine risikolose Kombi-Wette bei Betway. Bis zu 100 Euro bekommst du als Freiwette gut geschrieben, falls du diese Kombi-Wette verlieren solltest.